hey yo freunde und herzlich willkommen zum zweiten part von let's play minecraft minigames ich bin der kevin von german tube gamer und ich bin natürlich nicht alleine der liebe mike ist auch dabei hallo kevin du kacknob er wird mal sehen wer verliert okay wir spielen heute swedish gladiators also die regeln sind einfach das ist eigentlich ein parkour also also minigame und für zwei spieler und das ziel ist es also als erster den parkour zu enden also mike hat jetzt bis jetzt alles gesagt also ich finde hast du dein gemod aus nein mach dein gemod aus ich bin doch superman okay wie gesagt ich bin der blaue und gelb bist du der schwuchtel jetzt geh rüber du schwuchtel schwedisch du bist du schwede auf den knopf drücken und wenn er auch noch auf den knopf drücken geht's los das geht los nö 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 da läuft er hoch nein ich bin runtergefallen okay ich glaube nicht dass wir das ist schon so schnell rum ist ich weiß nicht wie oft soll man es machen ich glaube aber oh nein nachdem die kenne ich habe ich gemacht die da hinten ein bisschen mehr geht es es hat wohl nicht geklappt und er er bis auch in den flogen er leider leider ich hab so weit was du gar nicht was du gar nicht in der Welt hätten man feinem Bogen das wäre so klar die Kirche bei denjenigen also wir haben so gedacht M der Verlierer kriegt die Demütigung egal welche aus zu sein Familie zu beleidigen und so und die Achse in der das ist wirklich ach so ach so bei mir sind Fischchen ich fliege immer schon bei dem ersten Dingsbums runter jetzt nicht denken dass ich so schlecht bin nein ich bin nicht schlecht ich bin nicht schlecht ja ich bin nur aus der Übung grad heute weil na oh es hat grad geleckt alter es leckt grad übelst ok ich muss aufpassen was ich jetzt mach ok ok ja ich hab's geschafft na wehe wehe oh scheiße er darf nicht gewinnen er darf nicht gewinnen nene 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 jetzt komm Kevin setzt sein ganzes können ein ich darf nicht verlieren nein scheiße wie schafft er das du scheiß Cheater alter auf dich ey sag mal wo ich bin ja verpiss ich jetzt so ein scheiß Cheater man du sehn nur Cheater ähm ich hab eine idee wie ich... oder vielleicht wenn ziehen wenn ihr wollt könnt ihr auch gegen uns mal antreten also bei dem server in ihm ist einfach nur eine Privatnachricht schicken oder unten an den Kommentaren dann kann er die Erdbeer Nachrichten naja Alter und bist du sicher ja mal sehen ich hab's wieder geschafft hier das gibt's doch nicht alter wie packt ihr das ey ich bin nicht zu gut mit den scheißdingern da eigentlich bin ich schon gut bei Jump'n'Runs aber naja ja das ist mein Gebet Kevin das ist mein ist er runtergeflogen ja yeah you are down Tango down okay ähm n nun ja ich habe er erkennt er der der aber auch Prozent Wenn ich dann kann man ja team machen naja, falls ist er eine also ein Mini-Gegend-Spiel, ich gebe wieder. Das für drei Spiele ist. Ey, das gibt's doch nicht ey! Ich fliege immer unter. Wenn nicht, dann kann man ja Team machen oder so. Mal schauen. Ja, kann man auch mal schauen. Ja, zwei gegen ein und was? Ja klar, da, ich mach euch alle fertig. Außer bei dem hier scheiß, bei dem scheiß ey! Das geht nicht ganz klar. Hey, das geht nicht so weiter als du. Wie macht er denn das? Ach, er ist runtergeflogen. Er cheatet bestimmt Was? Nein Nein, gleich gar nicht Kennt dich, Mike Der cheatet immer Der cheatet immer Gar nicht wahr, du bist durch die Linke, der cheatet, hä? Ja Ja Ey, das gibt's doch nicht, Mann Aber Erzähl ich dir jetzt mal Es gibt's nicht Wie alt er rumpackt, ey Ja, das ist der Schlüssel Weißt du, wenn man Wacken wie rein, ab und dann schafft man es halt Es ist verdammte Cheater, ne? Cheater... Nein! Nein! Nein, das ist gar nicht Nein! Ich soll ihn schneller machen, oh Gott. Mike, guck mal, wo ich bin. Richtig. Genie. Ich schaffe es. Komm schon, nimm die Wolle. Nein. Scheiße. Mike, weißt du, wie das geht? Ja, ich habe gewonnen. 1-0. 1-0. Ich habe gewonnen. Ja. Ich habe es gerade erst gemacht. Ich bin jetzt gerade erst da. Ich habe gewonnen. Du hast verloren. Verpiss ich jetzt, scheiße Arschloche. Ich bin der erste. Ich bin der erste hier. Ja, Mann. Naja, 1-0 für mich. Ich freue mich. Und du bist scheiße, Mike. Die, 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 die. Mach mal so, wer drei gewinnt. Gewinnt, okay. Wer drei gewinnt, gewinnt, gewinnt. Nein, wer zwei gewinnt, gewinnt, okay. Ja, wir können ja nur zwei in einem Video machen. Also machen wir zwei Minigames extra auf einem. Nein, nein. Also wer zwei Mal gewonnen hat, gewinnt halt. So meine ich es. In einem Minigame. Also in einem Minigame oder in zwei Minigame spielen? Oder ich meine... Nein, nein. Halt in einem Minigame. Wer zwei Mal gewinnt, gewinnt. Also jetzt das gleiche nochmal. Ja. Wer jetzt gewinnt, hat für diese Runde gewonnen, weißt du? Ah, okay. Warte mal. Warte mal. So. Dass ich dann fährse. Okay. Drei. Zwei. Eins. Und los geht's. Die zweite Runde. Die zweite Runde. Mike wird verlieren. Ich weiß es jetzt schon. What the fuck? Nein. Scheiße. Ich hätte nur noch einen Sprung brauchen können und dann hätte ich es geschafft. Hast du aber nicht, ne? Das darf nicht wahr sein, was ist denn da los? Nein, nur weil er von mir abgeschaut hat, wie ist das drauf? Hast, hast du es geschafft? Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Scheiße, now! Nein! Ach, nein! Ich war es so weit, ne? Also, der Wettel, wenn du... Äh... Einfach mal gewinnt, äh... Dann ist es äh... für mich die Demütigung. Ja. Aber... Sonderab, ja. Äh... Wenn ich die Wettel dann mal. Okay, so. Wir haben bloß gerade was geschaut Und weiter geht's Yeah Bitch please Du bist ein Monko Ich gewinne Ich gewinne, du verlierst Du verlierst Ich glaub schon, dass ich gewinne Scheiße, oh leul, ich pack Scheiße, man Nein, 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 nein Scheiße Bleib dich, Kevin Ja, Mann Der scheiß Kackloob ist da unten Ich bin schon wieder weit voraus Nein Mann, ey Gib bitte auf Ich hab eh schon gewonnen Richtig Der Gewinner Dieses Wettkampf Yes So Schmeiß auch hier rein Ja Scheiße Ja Da ist der Gewinner Guck, hier ist der Gewinner Gewinner Okay Ja Zum zweiten Mal gewonnen Und es heißt Die Demütigung Die Demütigung Ja, du und deine Demütigung Ja, wohl Ja, wohl Ah, zwei, null, alter Part 2 auch gewonnen Kevin, yeah Ja, ja Du bist so scheiße Du bist so scheiße Ich bin so gut Ja, ja Aber er hat das sogar noch Aber er hat das sogar noch genau neben ihm Der Challenge gemacht, die Demütigung Ja, klar So Dann Würde ich mal bitten Mike, geh mal hier rein So Es sieht nach Lava aus Echt jetzt Oh, gut geraten, Mike Oh, bin ich cool So Damit wir unser Spaß noch ein bisschen haben Da 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 Nein Da So Einfach nur so Okay Okay, Mike Ja, was ist Ich lasse jetzt Lava runterfließen Und du Wo bist du? Du Du musst da rein Gehen Und kein Game-O-D-Anhaben Okay Geht da rein Ja, ja Und du musst So Kreise rumdrehen In deinem Kopf Guck so Schau mich an So Wackel mit deinem Kopf Und so Ja, so Und sagen Und so lang sagen Bis dich die Lava getroffen hat Ich bin schwul Okay Wir haben doch gesagt Nichts mit selber beleidigen, oder? Äh Nichts mit Familie zu beleidigen Aber das geldet Okay Bist du bereit? Ja, bist du Okay Drei Warte mal Warte mal Du musst es machen Ja, okay Ich warte Oh man ey Ey, das mit dem Schwul Sag ich Wenn dann nicht Sag jetzt, Alter Komm Nein Ich mach auch, was du willst Jetzt komm Das war meine Demütigung Ich hab gewonnen Bis die Lava dich getroffen hat Und du stirbst Okay Los geht's Ey, ich bin schwul 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 Oh mein Gott Ich sterbe jetzt Ich bin schwul Okay, das war's mit der Episode Part 2 von Let's Play Minecraft Minigames Ey, ich bin der Kevin und bis zum nächsten Mal Tschö Tschö Tschö